Horoskop für heute, Steinbock, 22. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der Mond heute hält Sie beschäftigt und beschäftigt. Dennoch kann es zu einigen Unstimmigkeiten kommen, da die Sonne kleinere herausfordernde Aspekte bildet. Sie möchten vielleicht Ihren Horizont erweitern oder Ihre Gedanken erweitern, aber Ablenkungen hindern Sie daran, sich zu amüsieren. Menschen und Probleme können ein wenig zu viel Ihrer Aufmerksamkeit beanspruchen und Zeitpläne können umgeworfen werden oder Sie könnten das Gefühl haben, dass Ihnen die Zeit davon läuft. Sie müssen die Leute vielleicht wissen lassen, dass Sie zwar viel bewältigen können, aber auch Ihre Grenzen haben. Während Sie vielleicht Zeit brauchen, um die Dinge zu verstehen, kommen Sie schließlich zu sich und finden Wege, sich mit ein wenig Unsicherheit wohlzufühlen. Vielleicht zweifeln Sie vorübergehend an Dingen, aber das kann nur ein Zeichen dafür sein, dass Sie einen Kontrollpunkt brauchen, insbesondere wenn Sie Ihr Bedürfnis, Ihre Fantasie anzuregen, vernachlässigt haben. Sich überfordert zu fühlen ist vorübergehend und es ist eine gute Idee, sich Zeit zu nehmen, um sich zu sammeln. Gehen Sie jetzt und in den kommenden Tagen in Deckung. Der Kosmos brodelt vor Hass und Dunkelheit. Während die Sonne über den Himmel wandert, wird Ihr all Ihre Freude und Ihr Licht von einem bösartigen und bösen Pluto, dem Planeten des Todes, gestohlen. Dies stellt sicher, dass überall, wohin Sie sich wenden, dunkle Energie im Gange ist. Treffen Sie keine voreiligen Entscheidungen in Bezug auf Beziehungen und stürzen Sie sich auf keinen Fall mit Wut oder Ungerechtigkeit auf Ihren Schatz. Er könnte wütend kämpfen und auf Rache aus sein. Atmen Sie durch die Frustration, versuchen Sie, einen Ort des Gleichgewichts zu finden und tun Sie nichts, was Sie später wahrscheinlich bereuen werden. Etablieren Sie eine bessere Routine. Es wird notwendig sein, in einen Floh zu kommen, wenn der Mond in Zwillinge im Sextil zum aufsteigenden Mondknoten in Widder und im Treigen zum absteigenden Mondknoten in Waage steht. Wie ein aufgescheuchtes Ruhnen herumzuränen ist nicht produktiv. Sie fühlen sich heute vielleicht hin- und hergerissen zwischen Ihren persönlichen Prioritäten und beruflichen Pflichten. Wenn Sie vermeiden möchten, sich so unorganisiert zu fühlen, müssen Sie eine neue Routine etablieren. Überlegen Sie, welche Gewohnheiten Sie in diese Routine einbauen können, damit Sie produktiv und organisiert sein können. Solange die gegenwärtige himmlische Atmosphäre anhält, werden Sie sich fast wie immer fühlen, obwohl Sie sich Ihrer Gesundheit und Fitness etwas mehr widmen. Dies ist ein wunderbarer Übergang für Sie, um weiter voranzukommen, weg von den schweren Gefühlen, die Sie emotional oder körperlich erlebt haben. Sich an einen strengen Trainingsplan und eine gesunde Ernährung zu halten, wird Ihnen nicht schwerfallen, da günstige Energie leicht verfügbar und im Überfluss vorhanden ist. Diese Zeit wird reich an Ereignissen sein und sehr erfolgversprechend, insbesondere wenn Sie ein Projekt in Angriff nehmen, das etwas mit einer Gewerkschaft zu tun hat. Wenn Sie tatsächlich eine neue berufliche Vereinigung gründen oder eine Ehe arrangieren können, ist dies der beste Zeitpunkt dafür. Die Schwingungen dieser Zeit werden Sie sehr stark dazu ermutigen, solche Projekte in Angriff zu nehmen. Auch wenn die Arbeit im Mittelpunkt Ihrer Beschäftigungen steht, wird dieser sehr konkrete Tag Ihnen ermöglichen, schnell greifbare Ergebnisse zu erzielen. Während die Sonne Ihr letztes Wochenende in Ihrem Karriere-Sektor betritt, könnten Sie immer noch Spannungen zwischen Arbeit und Privatleben verspüren, obwohl der Vollmond, der dieses Gefühl verstärkt hat, vor zwei Tagen vorüber war. Während ein Konflikt zwischen dem Asteroiden Juno und dem Zwergplaneten Eres seinen Höhepunkt erreicht, dient er als rechtzeitige Erinnerung daran, das Gleichgewicht zu wahren. Das Wochenende bietet Erleichterung, indem es es einfacher macht, diese Probleme anzugehen. Darüber hinaus verbindet sich der Mond, bevor er einen Bereich in Ihrem Horoskop verlässt, der Verspieltheit und Kreativität fördert, mit Planeten, die dazu ermutigen, vergangene Gelegenheiten und zweite Chancen noch einmal zu betrachten. Am Ende des Tages werden Sonne und Mond in einer Linie stehen, um die neue Woche mit neuer Energie und Konzentration zu beginnen. Während Venus, der Planet der Liebe, sich in einem nostalgischen und nachdenklichen Teil Ihres Horoskops in Ihr erstes Wochenende einlebt, verbringt der Mond seine letzten Stunden in Ihrem romantischen Sektor in einem freundlichen Aspekt zu Uranus, der sich hier in rückläufiger Bewegung befindet. Venus ist zurückgekehrt, um Ihr Herz auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit der Liebe mitzunehmen, wobei Ihnen die romantisch aufgeladenen Mondschwingungen von heute Zugang zu dem Planeten gewähren, der die Schlüssel zu den Türen der Vergangenheit in sich trägt. Täglicher Planetenüberblick Die heutige kosmische Konstellation könnte Spannungen in Ihre Interaktionen bringen, insbesondere im Umgang mit Autoritätspersonen, da der Mond im Zwillingezeichen im Quadrat zu Saturn im rückläufigen Zeichen Fische steht. Sie könnten sich mit jemandem, der in Ihrem Leben eine Machtposition innehat, uneinig sein, sei es ein Elternteil, Chef, Kollege oder eine andere Person, die die Oberhand zu haben scheint. Es ist wichtig zu verstehen, dass es bei diesem Konflikt möglicherweise nicht um das eigentliche Problem geht, sondern eher um unterschiedliche emotionale Reaktionen oder Ansichten zur Verantwortung. Wenn die Emotionen hochkochen und Meinungen aufeinander prallen, ist es leicht, sich frustriert oder sogar nicht respektiert zu fühlen. Der heutige Tag bietet Ihnen jedoch die Gelegenheit, diese Situationen mit Geduld und Anmut anzugehen. Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie mit einer verantwortlichen Person nicht einer Meinung waren. Hatten Sie das Gefühl, nicht gehört oder verstanden zu werden? Es ist ganz natürlich, sich so zu fühlen, besonders wenn wir glauben, im Recht zu sein oder einfach unseren Standpunkt zum Ausdruck bringen wollen. Aber die heutige Energie gebietet Vorsicht. Anstatt sich von der Situation oder der Person auf die Palme bringen zu lassen, versuchen Sie, einen Schritt zurückzutreten und das Gesamtbild zu sehen. Ist diese Meinungsverschiedenheit es wirklich wert, die Fassung zu verlieren, oder können Sie einen gemeinsamen Nenner finden, indem Sie die Perspektive der anderen verstehen? Manchmal ist es am besten, ruhig zu bleiben, auch wenn die Situation angespannt erscheint. Gleichzeitig ist es wichtig, auf Ihr körperliches und emotionales Wohlbefinden zu achten. Der Stress, Konflikte zu bewältigen oder Verantwortung zu übernehmen, kann Sie stark belasten, und es ist wichtig, auf sich selbst zu achten. Haben Sie sich in letzter Zeit zu sehr angestrengt oder sich erschöpft gefühlt? Dann ist es vielleicht an der Zeit, sich etwas zu gönnen. Ob es ein entspannender Saunabesuch, eine Massage oder einfach eine nahrhafte Mahlzeit ist, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um neue Energie zu tanken, kann Wunder für Ihre Stimmung und Ihr Denken bewirken. Lassen Sie uns nun über etwas anderes sprechen. Die Sterne heben heute Ihren Ideenrichtum hervor. Sie sind voller kreativer und innovativer Gedanken, aber Sie stellen möglicherweise fest, dass Ihnen im Moment die Energie oder Begeisterung fehlt, um diese umzusetzen. Keine Sorge, das ist kein Zeichen dafür, dass Ihre Ideen nicht wertvoll sind, sondern nur, dass Sie möglicherweise etwas mehr Zeit zum Auftanken benötigen, bevor Sie sich in die Tat stürzen. Seien Sie ehrlich zu den Menschen in Ihrem Umfeld, was Ihre Gefühle angeht. Lassen Sie sie wissen, dass Sie zwar immer voller Inspiration sind, aber etwas Zeit zum Ausruhen und Erholen benötigen, bevor Sie neue Pläne in Angriff nehmen. Es ist in Ordnung, einen Schritt zurückzutreten und Ihr emotionales Wohlbefinden zu pflegen. Ihre Lieben werden das verstehen. Tatsächlich ist Ihre Fähigkeit, Klarheit und fundierte Ratschläge zu geben, heute eine Ihrer größten Gaben. Die Leute suchen Sie vielleicht um Rat, weil Sie die Dinge klar sehen, selbst wenn Emotionen das Bild trüben. Denken Sie an eine Situation, in der sich jemand kürzlich an Sie gewandt hat, um Hilfe zu erhalten. Wie war es für Sie, Ihre Erkenntnisse anzubieten und zu sehen, wie sich die Situation von selbst löste? Sie haben die einzigartige Gabe, konstruktive Lösungen auf den Tisch zu bringen, und heute ist ein Tag, an dem diese Gabe noch heller erstrahlt. Ob Sie einem Freund Ratschläge erteilen oder eine schwierige Entscheidung bei der Arbeit treffen, Ihre Fähigkeit, ruhig und objektiv zu bleiben, wird zum Erfolg führen. Und wenn wir schon von Erfolg sprechen, im Moment scheint Sie weder beruflich noch finanziell aufzuhalten. Sie sind in Fahrt und alles, wofür Sie Ihre Energie einsetzen, scheint zu funktionieren. Wenn Sie darüber nachgedacht haben, eine Investition zu tätigen oder einen finanziellen Schritt zu wagen, geben Ihnen die Sterne heute grünes Licht. In Geldangelegenheiten sind Sie auf der Erfolgsspur, also vertrauen Sie sich selbst und Ihrer Intuition. Wenn Sie etwas zusätzliches Geld haben, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, in etwas zu investieren, das Ihnen in Zukunft Vorteile bringen wird. Sie müssen sich keine Sorgen machen, das Universum unterstützt Sie dabei, kluge und erfolgreiche Entscheidungen zu treffen.